Ich wünsche euch einen schönen Nachmittag. Heute ist Muttertag. Wo sind die Mütter? Und wo sind Damen, die heute noch Mutter werden wollen? Werden die Mütter. Genau. Also, wir fangen jetzt einfach mal an. Ein bisschen Rock'n'Roll, das funktioniert immer am Sonntagnachmittag. Flip, flop and fly! Auf Wiedersehen. 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 Auf Wiedersehen.